Ich brauch was Schnelliges. Irgendwie hier so Nina oder so. Ich hab'n Ragequid für Lizard. Ich hab mir jetzt die Gitarre und bin gleich richtig zum Ausrasten. Ich muss doch mal rausgucken, ob er vielleicht jetzt kurz gegangen ist. Da muss ich aber in die Szene wechseln. Die Szene? Das Gebiss? Kategorie, nicht Szene. WWE ist auch drin. Ja, das ist auch fürs heute Gamers geil. Alle vier gleichzeitig. Und Smash und Bombardin. Aber weil wir da immer alle vier gleichzeitig spielen können. Das darf man nicht halt am Anfang machen. Man muss erst wieder so, oh der ist schon so viele Punkte. Ja, das ist tatsächlich das Beste. Das ist wirklich so. Dann alle gegen Dennis. Das wollte ich ja auch bei Mario Kart und so. Und dann immer... Ey, diese Dings, wie ich schreie. Als ich Dennis da runter haue. Das sind beide Ballons. Jetzt bin ich wieder eine Bombe. Ich hab' ihn so gehasst in dem Moment. Weißt du? Einfach weil er mit einem Punkt geführt hat oder so. Bin ich volle Kanne auf ihn. Ganz nett. Aber bitte mit... Ah, mit kreierten Resten. Das ist natürlich witzig. Dass sich jeder sein baut, so wie er aussieht. Und dann spielen wir. Genau. Wie lange brauchen wir denn, ey? Wir haben ja schon Schwierigkeiten, dass wir alle irgendwie mal einen Termin haben, ne? Wo wir das... Im Dezember mit Glühwein und Rentiergewein. Vorbereitung. Stream ich vorher. Und da baue ich die. Weißt du? Da baue ich jeden... Du baust uns. Ja. Und jeder nimmt dann den Charakter im Spiel. Da kommt nichts Gutes mal raus. Beschränkt euch aufs Aussehen. Ja, so markante Sachen, ne? Mike klein und dünn. Bei uns einfach eine Cabbie raus. Ist das ein Dezember? Ja. Wir müssen halt mal gucken. Er wäre hier irgendwo. Ne. Nur zur Hälfte da. Weil 50-50 auch da vorbeikommt. So ein halber Charakter. Ja, dann nehmen wir den Strich einmal durch. Packen Ball? Guck mal machen. Oder normales Packen. Ne, lass mal normal machen. Okay. Ist wieder zu stressig. Hat ein Marschmussicht auch noch. Äh, ich drück einmal jetzt. Kannst du drücken, ja? Äh, Starsmussicht ja drücken, oder so. Ja, tatsächlich. Kaihachi ist back. Und es gibt eine Story-Erweiterung. Seit wann? Ja, seit dem letzten Update jetzt. Vor einer Woche, oder so. Ganz krank. Ganz, ganz krank. Hast du neue Kleider? Habe ich den Bräderbruch gemacht, aber ich lass das. Das ist wieder nicht Familienfreundlich wahrscheinlich. Warte mal, ich glaube es gab auch eine neue Stage. Gibt es, aber die ist gesperrt. Ich bin Monji Temple. Ach Leute, ey. Ich konnte doch nicht für alles immer... Ich will... Über alles wollen sie was freispielen und Geld und achten. Ja, und ich habe mir für Spitfire ja schon alles gekauft. Ich mache auch... Päcken spiele ich so selten. Gibt es ja Akuma? Ach, gestern. Ach, gestern gab es den. Akuma habe ich ja. Ich habe noch kein Master. Ja, ich habe am PC komplett mit Musik und Einmascheln. Ach, das ist geil. Also komplett customised. Ja genau. Und die Wraps geht auch. Kann ich erstmal reinkommen? Komm. Sorry. Du kannst mal den Knobel reingrücken. Den hier. Dann hast du vereinfachte Steuerung. Nein, das brauche ich nicht. Aber du kannst trotzdem alles machen. Aber er macht halt mehr noch. Mehr, mehr. Wie mehr, mehr, mehr. Wenn er immer nur dreieck rücks, macht er auch automatisch ein Luftpombo und sowas. Genau. Aber du kannst trotzdem auch deine normalen Moves machen. Ich habe Blocken gemacht. Laser, wie Superman. Nein! Okay. Stark. Nein. Oh, wie er so ein Single-Ponter hat. Wie geht denn das nochmal? Ja, weiß ich nicht. Wie kann ich mich denn hier wieder spielen? So. Laser. Ich habe doch geblockt. Den hättest du blocken können, ja. Ja, hab ich doch. Aber wenn das kommt, kannst du auch R1 drücken für den... Diesen Cinematic. Geht jetzt nicht mehr. Ne, geht jetzt nicht mehr. Dark! Ja, nein. Du hast es wieder gekontert. Ah, gut. Ich nehme mal irgendein Random. Ja? Genau. Ich habe sowieso vorgehabt. Ich meine, wenn ich das sehe, bekomme ich Bock. Das hat Tekken aber auch an sich. Ja, Mario Kart auch. Und dann spielst du das und kannst du mit Brunner spielen. Wenn ich irgendwo so Mario Kart gucke, jetzt ein paar Renns fahren. Spielst zwei Runden, ja. Schon kein Bock mehr. Ja, schon kein Bock mehr. Also, ähm, bei Tekken ist das aber wirklich immer so, dieses... Ich habe vorhin gegen Kazuya gespielt und denkst so... War Kazuya leer und so? Weil das sieht so geil aus. Aber dann fange ich an und schon kein Bock mehr. King. King. Ist die Zeit abgelaufen oder was? Nee. Nee. Ich will gerade sagen, welche Zeit denn? Ich nehme mal Hang. Den habe ich noch nie genommen, glaube ich. Der fängt sich gleich einer ein. Hast du das auch gemacht? Na? Gibt es nicht sowas Beach-mäßiges? Ja, komm. Weil ich bin schon wieder bei Extreme Beach-Voliver. Wie? War jetzt daran lustig? Ich bin jetzt auch noch ein Beach. Ja, ziemlich wie schlimm war. Ja. Ich habe das in der Sumo gesagt. Ja. Du hast das Game ja gar nicht. Oh, herrlich. Leider nicht gemacht. Wollte nochmal grabben, aber... Ja, komm, ey, da... In your face. Oh nein. Oh! 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 Komm gleich weg sonst. Genau! Oh! Wenn ich so, dürfe... Warum machst du... Ich verstehe das в «но DON'T»… Ich weiß das nicht! Ich habe nicht gekocht.. Dann kann ich das Block-System anscheinend legen. Das ist doch... Oh, Arschbombe. Oh oh. Jetzt aber. Kaaack! Moin do! Es dürften fast alle drauf ziehen. Ja. Was? Weniger. Ihr seid doch. Spiels jetzt öfter? Also von meinen jetzigen Final Games? Nee, ne? Ja, nicht. Das Spiel, da spiele ich mehr. Was war das? Jetzt auf den Gästen! Nichts was! Oh! Da macht aber Spaß! Nein! Was soll? Wie kannst du das denn kontern? Nein! Nein! Scheiß nicht, dass dir das geht! No way! Skiiiiiit! Kann ich schon drücken? Ja, ja, drücken drücken. Nein! Doch, du kannst ja... Ja, okay! Bei Griffen! Das ist echt drücken! Ich dachte aber, er blockt ja sowieso! Leute! Der ist King, halt. Der ist Wrestler, ja. Ja! Merkst du, ne? Nein! Nein! Ja, wie kannst du das machen? Ja, als wenn du der Camper wärst! Muss das nur spielen? Ich hätte auch Bock, dass man sich so eine Platten aufsetzt, dass man immer so einen Schlag auch abbekommt. Dann gibst du dir Mühe zum blocken! Das glauben wir mal! Aber... Ja, ich will mit Counter Strike! Mit der AWP! Aber tot! Aus Versehen! Im Stream gestorben! Der ist gebann früher, ne? Der ist gebann früher, ne? Das sagst du nicht! Da komm ich immer noch! Warum? Weil der immer schreit? Martial Law! Martial Law! Ding! Also darf ich auch suchen? Haben wir irgendwas mit Strand? Ach doch! Wir hatten da ja erst! Da hat man geschrieben! Was jetzt? Ich spiel Tekken tatsächlich so! Das ist glaube ich das einzige Spiel, was ich auch mit einem Arcade-Stick spielen könnte. Also wirklich asynchronous molementiert! Achik? Wie hallo? Oh, geht das nicht mehr? Want & Dance? Fu! Weilst du da jetzt? Ja, ich sche follow! Wann geht das nicht mehr! Oh, nein! Das war gar nicht! Wann geht das nicht mehr? Ich habe noch mal da geknommen! Du bist da, oder? Ja, das ist wieder tocker! Wo ist definitiv? Nein! Wow! Hast du gesehen, du geblockt? Aber knapp! Stark! Ah, schwach! Ich war mir grad drin. Erlern das! Au! Okay! Nein! Mann! Jetzt hast du mich. Nein! Oh! Oh, der Sau! Das macht schon Spaß, oder nicht? Nee. Mit Treffer-Speedback-mäßig. Oh! Aber ungetreten. Oh, schön. Ja, mit den Griff hast du mich tatsächlich, ne? Oh! Ja! Dann nehmen! Nein! Nein! Was macht er denn für einen Move? Hä? Warum haut er auf den Boden? Ich hab geblockt! Ich hab geblockt! Ja! Das ist was anderes! Das ist okay! Damit der Boden sich nicht gegen ihn windet! Du! Du! Dann ist die ganze Zeit eins mit dem Boden! Du! Du kannst irgendwie diese Waffen auch benutzen! In so einer Kombo! Ja, was heißt irgendwie? Ich weiß nicht wie! Ja, super! Du! 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 Ich dürfte aber nicht töten, weil du nicht mehr viel genug hast! Äh, viel genug hast! Äh, viel genug hast! Wenn du genug Energie hast! Aha! Ich würd dir sowieso immer raten, immer mehr, äh, Dreieck benutzen! Quatsch! Mach mal Dreieck! Mach mal Dreieck! Immer Dreieck jetzt! Ich krieg doch gar nicht! Mach mal drück, immer weiter! Immer weiter! Was ist das denn für ein Move? Ist das Auto-Combosystem oder was? Meinst du? Das sind Modern Controls so! Guck mal nicht! Ich kann doch schon die alten Pecken zeigen! Dann kannst du's auch wieder ausstellen! Ja, wie? Den Globel wieder reindrücken, die Linken! Oh! Jetzt hat er zweimal gedrückt! Ja, einmal! Hä? Hey, warte, ich muss kurz drücken! Drück einfach rein! Hab ich doch! Jetzt ist weg! Guuuut! Ha! Du musst mich nur irritieren, damit sowas... Mach lieber! Nee! Es ist zu spät! Spät! Es ist zu spät! Ah! Ja, bei mir auch! Die ganze Zeit, Alter! Das ist alles voll! Und jetzt ist das so! Ich bin schon älteres! Ich bin schon älteres! Ich bin schon älteres! Das ist gerade drin da oben! Ich bin schon älteres! Was? Es geht weiter! Achso! Was ist denn noch keine Krohle? Jetzt sagt er's doch! Dann weiter... Ja, wir haben hier wieder Abdreck! King! Huuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Sie sind los! Geblockt! Nee! Ist doch Sinn der Sache! Hm! Ja, heute schon mal angebrochen! Doch mal! Ich habe einen Ragequid verletzt, ich habe einen Offline Ragequid verletzt. Ich habe mir jetzt die Gitarre drehen, der kriegt dich zum Ausrassen. Er steckt sich hier unter mir, spielen wir gleich eine Runde noch und dann spiele ich ihn eigentlich so hart und dann wird er sagen, ich darf etwas anderes spielen. Ich weiß noch gar nicht, was er genau macht, ich glaube, der ist auf Toilette gegangen, aber mit Händen. Das war ein Ragequid, ich weiß nicht, ich muss noch mal rausgucken, ob er vielleicht jetzt ganz gegangen ist. Mit einem Kent. Ich glaube, der geht nach Hause. Aber zu meiner Verteidigung, es war nicht meine Idee, Tekken anzuknüpfen. Ich wollte Tekken Ball spielen. Ja, und irgendwie ganz abgefahren. Ich habe, wie ich das spiele, weil das ist sehr unik, wie ich das spiele. Ich habe beide Schlagtasten hier drauf, beide Kicktasten hier drauf, dann leg ich das so auf mein Bein und dann spiele ich das normal so und dann aber meine Finger hier so obendrauf. Also, ich nutze den Controller halt wie ein Arcade-Stick, aber eben nicht, aber mit Steuerkreuz ebenso. Also, weil die Games auch anders. Ups. Ich habe meine Box wieder mit dem so und so. Ja, ich hätte es für mich jetzt erwischt, ja. Eine Runde noch, oder was? Ja, echt jetzt. Wolltest du nicht mehr? Ja doch, aber ich nehme Ken. Nein. In echt meine ich jetzt. Aber ohne Treten. Zul, ich wollte nicht Nina. Ich glaube, du kannst auch mal zurückdrücken. Ne. Jetzt kommt ja die Stageauswahl, oder? Er geht nach raus. Ich habe gesagt, Raid-Split. Du kannst es aber gleich drücken. Dann kannst du in einer anderen aussuchen. Oder was schnittiges. Irgendwas schnittiges. Ja, ich weiß auch schon. Oh, Chaoyu, ja. Ist schlecht. Ist die Shanli des Tekken-Universums. Du musst mit dünneren Schenkeln. Das wäre ja Nina, weil die war von Anfang an dabei. Okay. Das war der einzige weibliche Charakter, glaube ich. Bei eins. Warum ist Paul so Charakter-Comic-mäßig? Das kennt die Haare. Das kennt. Ken Master. Ist ja nicht gerade Paul? Das ist Ken Master. Stark! Weiter! Werker! Einige Spiele ohne Treten, ne? Ach, scheiße. In die Fresse! Hab ich doch gesagt! Das kennt der nicht! Wie soll man denn bei solchen Kombos irgendwas machen können? Können! 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 Ja, das fängt ja schon wieder scheiße an. Ist der Tag schon wieder... Als wenn man morgens keinen Kaffee hatte. Ich hab das geduldig trocken. Ja. Welchen Platz hast du auch nicht beim Turnier gemacht hier? Game-Time-Dings. Neunhundert. Ne. Ich war mit Habu und... Wir waren in einer Gruppe hier. Ach dann, Winter oder sowas. Da kam ja auch noch... Da kam auch noch ein paar gute Spieler, die ich ja auch noch kannte. Und wo ich also als VIP rein kam, wusste ich gleich heute, wer gewinnt. Das kann doch nicht wahr sein. Der blockt ja alles. Macht nichts. Dafür spiele ich dir jetzt noch einen Song vor. Ne. Die hast du dir extra schon überlegt, wo ich von weg war, ne? Was fast wieder lustig war. Der ist so sauer. Ich sag, ich nehme jetzt Paul, verstöre ihn und spiele ihm dann noch ein Lied vor. Ich sag, dann geht er nach Hause. Put рис schon drauf. Scheiße. Tra…" Wie war es? Genkte halt. Schon sogar Goldenes Snapchat. In Ordnung ´´EM,